Einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Guten Morgen Börse. Heute gemeinsam mit XTB, es ist Donnerstag, der 31. August 2023 und gemeinsam wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen, wollen gemeinsam einen Blick werfen, ganz besonders wieder auf den Nasdaq, auf den S&P 500 und den potenziell jetzt zu erwartenden Kursverlauf, nachdem auf der Oberseite das zumindest von mir anvisierte Kursziel im Bereich, also im Falle des Spider ist es im Bereich um die Inflationshochs, die vor drei Wochen hier markiert worden sind, auf die Inflationszahlen, jetzt abgelaufen worden ist. Wir haben jetzt Wirtschaftsdaten, Tendenz geht in Richtung Bad News is Good News, also wenn man sich zumindest die Reaktion jetzt auf die ADP zahlen oder auch die etwas durchwachsenden BIP-Zahlen, die nach unten revidierte zweite Schätzung, die gestern veröffentlicht worden ist, eben anschaut aus den USA die Wahrscheinlichkeit, dass die FED fertig ist mit weiteren geldpolitischen Schritten, Querstrich Zinsanhebungen, dann für das Jahr, dass da keine 25 Basispunkte mehr folgen, das ist eigentlich eher positiv für Aktien und jetzt ist allerdings die Frage eben jene, ist das auch wirklich so oder war das gestern einfach nur eine Reaktion folgend auf die Bullishness von Dienstag? Das wissen wir tatsächlich erst morgen, das bedeutet morgen 14.30 Uhr werden die Non-Farm Payrolls veröffentlicht und das wiederum birgt jetzt so ein wenig die Gefahr, dass wir einen relativ unspektakulären Handel, heute ein relativ unspektakuläres Treiben am Donnerstag zu sehen bekommen. Ja, wir werden gleich in wenigen Sekunden auf die Details schauen, bevor wir offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Deviso und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt, erstellen mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständige Risikoprofil, findet ihr auf xdb.com.de. Probenhaus genutzt gerne die Möglichkeit, den xdb-Kundensupport in deutschen Büros hier anzurufen, zu fragen, wenn Fragen sein sollten, zwecks Kontoeröffnung, zwecks Handelsstation, zwecks Produktpalette, zwecks etc. Die Herren und Damen dort stehen euch jederzeit gerne natürlich mit Rat und Tat zur Verfügung. Einmal in persönlicher Hinsicht hier darauf hingewiesen, alles was ich jetzt in den folgenden Minuten präsentiere, bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen, das ist rein edukativ, rein informativ. Ihr könnt gerne unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion eure Fragen stellen, die ich dann auch gerne schriftlich beantworte bzw. auch darüber hinausgehend im nächsten Guten Morgen Börse hier zum Thema mache, selbstverständlich, aber bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen in den folgenden Minuten. Hier haben wir die Kontaktdetails von xdb, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, ganz kurz zu xdb als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die dazu geführt haben, die seht ihr hier in der Mitte einmal aufgelistet. Ein Grund, der sicherlich dazu geführt haben könnte, dürfte die xStation sein, auf die wir just jetzt genau in diesem Moment einen Blick werfen. Und wir werfen hier den Blick jetzt nicht auf den S&P 500 direkt oder beziehungsweise dann auch gleich auf den Nasdaq 100. Nein, wir schauen uns jetzt mal die ETFs an dieser Stelle an, die sich rein auf die Kasse fokussieren. Und zwar ETF auf den S&P 500, der sogenannte Spyder, SPY, beziehungsweise im Falle des Nasdaq 100 der ETF. Das sind die sogenannten Qs, QQQ ist der ETF. Und da wollen wir einen Blick drauf werfen. Den hatten wir hier schon zum Thema gemacht eigentlich in den letzten Tagen. Wir hatten summa summarum ja erste aufhellende Signale gesendet bekommen. Das ging los eigentlich letzte Woche am Freitag nach eigentlich einem recht enttäuschenden Donnerstäglichen Verlauf. Man hätte vielleicht schon sagen können, eigentlich sah es doch schon letzte Woche Mittwoch relativ gut aus mit diesen bullischen Vorgaben hier. Dann kommen die Nvidia Earnings. Die haben sich nicht nur im Tech-Bereich bemerkbar gemacht, sondern natürlich auch im breiten Markt, logischerweise ausgehend von der Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar. Haben sich dann im Spyder bemerkbar gemacht. Dann Donnerstag dieser Abverkauf. Wir brechen unter die Tiefs folgend auf die Worte von Jay Powell in Jackson Hole auf seiner Rede am vergangenen Freitag. Aber werden nicht ausverkauft, sondern können uns dann stabilisieren und relativ solide für die Woche beschließen. Das war vor einer Woche. Höheres Tief ausgebildet. Dann am Montag bekommen wir eine konsolidierende Price Action zu sehen. Aber oberhalb dieser schwarzen gleitenden Durchschnittslinie, das ist der EMA 65 auf 30 Minuten Basis oder umgerechnet ist das die 5-Tage-Linie. Wir können oberhalb halten und dann am Dienstag Leinen los und go. Wie gesagt, da gab es schon erste Indizien, die dafür gesprochen hatten. Wir hatten auch hier im Guten Morgen Börsen schon entsprechende bullische Szenarien skizziert gehabt. Und jetzt hatten wir dann einen sehr starken Schluss gesehen am Dienstag. Und gestern war es eben so, dass ich sagte, das ist eine potenzielle Zielregion auf der Oberseite, um die Inflationshochs hier vom 10.8., also von vor drei Wochen. Denkbar, dass wir die nochmal anlaufen, was allerdings schon als Risikoverhältnis technisch die Long-Seite ein bisschen schwierig anmuten lässt. So möchte ich mal vielleicht an der Stelle sagen, weil nach oben ein Großteil vielleicht durch eben die Bewegung jetzt vom Dienstag schon abgearbeitet ist. Und vor allem auch, weil wir erstmal schauen müssen, wie dann die entsprechenden Makro-Events veröffentlicht werden. Diese Bullishness von gestern, wir können sehen, wir eröffnen relativ stark eigentlich und sehen dann auch gleich zur Eröffnung einen bullischen Opening Drive. Ich weiß gar nicht, ob man das hier erkennt, aber das ist diese Kerze, weil eben rein auf die Kasse bezogen. Ab 15.30 Uhr bis 22.00 Uhr, das ist vielleicht noch eine wichtige Information. Und so, wenn wir uns dann den Kalender betrachten und auf gestern schauen, ja, dann sehen wir eben einmal die BIP-Zahlen, zweite Schätzung zum US-Bruttoinlandsprodukt. Unter der Erwartung veröffentlicht, erwartet wurden 2, das ist preisbereinig, ich guck mal ganz kurz, Moment, hier, ist annualisiert, 2,4%, 2,1% veröffentlicht worden. Schon 15 Minuten zuvor, ADP-Zahlen, privater Sektor, neu geschaffene Stellen, 177.000 gegen 195.000. Und jetzt sind wir in einem Umfeld, wo sich ja die Frage stellt, wie wird der geldpolitische Kurs seitens der FED weiter ausschauen? Eine grobe Daumenregel könnte jetzt aktuell sein, dass wir sagen, naja, schwache Wirtschaftsindikationen oder ein schwacher Arbeitsmarkt auf eine eher sich abkühlende Wirtschaft hindeuten, macht eher einen geldpolitisch lockeren Kurs seitens der US-Notenbank denkbar. Das als Basis könnte man jetzt dann heranziehen und sagen, nun ja, dann sehe ich durchaus einen Sinn hier in diesem bullischen Opening Drive zur Kasseeröffnung ganz besonders. Im Future, wenn wir mal auf den S&P 500, der ja dann fortwährend gehandelt wird, schauen, da fällt die Reaktion nicht so dramatisch aus, möchte ich mal fast sagen. Das ist hier so dieses Zeit, wenn es da 14.15, 14.30, so dieser Bereich. Wie gesagt, es kommt erst zur Eröffnung wirklich die Käufer rein, sei es auf jeden Fall darum, Fakt ist, wir sind auf der Oberseite dieses Stückchen noch abgelaufen und wir haben dann auch gesehen, ein Break höher blieb aus. Also wir haben gesehen, Bullisher Opening Drive, wir gehen mal hier vielleicht auf die 5-Minuten-Ebene zur Kasse. Bullisher Opening Drive, härterer Abprall, nochmal sich hochgehangelt in Richtung der Hochs und dann knapp unterhalb geschlossen, aber ein nachhaltiger Bruch, nicht ausmachbar. Ja, gleiche Struktur sehen wir in den Queues, das gleiche Bild. Da muss man vielleicht sagen, naja, wir sind ein bisschen höher gelaufen als die Inflationshochs, also die konnten wir gestern auch hier halten. Da gab es dann diesen kurzen Flaschmoment, der Support hier gefunden hat in diesem Bereich. Aber wir sind dann eben in dieser darüber hinausgehenden, ebenfalls stärker ausmachbaren Widerstandsregion, 3,75 bis 3,77 genau, das war so ungefähr der Bereich. Ausgetoppt, auch hier Kursverlauf, 5-Minuten-Chart, sehr ähnlich. Bullisher Opening Drive, Pull-In, Drift, marginal höhere Hochs, solider Schluss, aber nichtsdestotrotz Follow-Through bleibt aus, weil potenziell in eine Widerstandsregion vorgestoßen. Und so, das ist jetzt eben ein Umfeld, wo ich sagen würde, nun, was ist der nächste potenzielle Impulsgeber, den wir zu sehen bekommen könnten? Schauen wir wieder in den Wirtschaftsdatenkalender, die Makrofront, also Quartalszeilen sind durch. Wir schauen auf heute und sehen, okay, da kommt also der PCE, das ist das bevorzugte Inflationsmessinstrument seitens der US-Notenbank FED. Okay, ist das wirklich in der Lage, Impulse zu liefern? Die letzten Monate waren da jetzt nicht so wirklich vielversprechend. Am interessantesten scheinen noch vor allem morgen dann die Non-Farm-Payrolls, 14.30 Uhr werden die veröffentlicht, vielleicht auch noch der ISM, Einkaufsmanager Index im verarbeitenden Gewerbe, aber hauptsächlich die Non-Farm-Payrolls, die vielleicht in der Lage sind, Impulse zu liefern. Aber genau das lässt jetzt schon Rückschlüsse zu, wo wir wahrscheinlich heute stehen dürften, beziehungsweise was wir für heute erwarten, oder ich jedenfalls erwarte. Ich denke nicht, dass wir bis jetzt morgen 14.30 Uhr große Bewegungen zu sehen bekommen, große Impulse geliefert bekommen. Also vorausgesetzt, es kommen keine externen Trigger, die jetzt aktuell keiner in irgendeiner Form in Betracht zieht. Ich denke, wir haben eine verhältnismäßig hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir uns innerhalb dieser Handelsspanne von gestern Shopee-Seitwertswert präsentieren können. Also sagen wir mal nach unten rund 4.48 Uhr im Falle des Spider und 4.51 Uhr auf der Oberseite. Dass wir innerhalb dieser Range heute wirklich pendeln. Und dass wir dann einen nächsten Impulsgeber morgen mit den Non-Farm-Payrolls haben. Alternativszenario auch möglich. Sollte man vielleicht so ein bisschen noch als Möglichkeit in Betracht ziehen. Es gibt einen kurzen Push über die Hochs von gestern, aber vor dem Hintergrund, dass wir einen nachhaltigen Trigger benötigen, also einen, der dann dieser Bewegung auch Nachhaltigkeit verleiht, würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das ein potenzieller Fehlausbruch ist. Das wiederum könnte uns natürlich dann wiederum dazu veranlassen zu sagen, okay, dann formulieren wir eine Strategie oder einen Gameplan. Ausgehend, dass wir sagen, wir handeln mögliche Breaks höher, aber die als reine Momentum-Plays und mit aggressiv getrailtem Stopp, um dann vielleicht bei einem Austoppen fallenden Hochs, die sich ausbilden, vielleicht ein Überrollen, Halten unterhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises, im Falle des Spider, im Falle der Qs oder dergleichen, dann eher in den Rücksetzer unter die Ausbruchregionen zu handeln. Also einmal die Long-Seite, aggressiv getrailter Stopp für einen potenziellen Fehlausbruch und dann würden wir gucken, fallen wir zurück unter die Range, beziehungsweise würden darauf spekulieren im übertragenen Sinne und würden auch das relativ aggressiv mit einem Stopp getrailt managed sehen. Und dann, ja, dann wäre, wie gesagt, die Devise, dann harren wir die Dinge, die da kommen, morgen mit den Non-Farm-Payroads 14.30 Uhr und so, soweit also die Einschätzung für die Qs, beziehungsweise für den Spider. Happy Trading. Passt auf die Stops auf, wir hören uns dann morgen wieder hier zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Ich freue mich drauf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.